Die meisten Leute, die bis zum Sommer einen flachen Bauch haben möchten und jetzt eine Diät machen, anfangen abzunehmen, begehen einen riesengroßen Fehler, der den Erfolg komplett verhindert und auch diesen Abnehmerfolg wieder zum Scheitern bringt. Und welcher Fehler das jetzt ist, erfährst du in den nächsten Minuten. Also viel Spaß mit diesem Video. Herzlich Willkommen, mein Name ist Sebastian Steude und ich melde mich heute hier mal vom Whiteboard aus, weil ich dir ein extrem wichtiges, wenn ich vielleicht sogar das wichtigste Konzept erklären möchte, mit dem du es jetzt wirklich mal schaffen kannst, Woche für Woche planbar, messbar und auch wirklich kalkulierbar Gewicht zu verlieren. Woche für Woche, Monat für Monat, sodass du es endlich mal schaffst, diesen Sommer wirklich den Bauch flach zu bekommen. Die meisten Leute machen dabei einen ganz, ganz großen Fehler und genau diesen möchte ich dir jetzt hier in den nächsten Minuten erklären. Schauen wir uns das Ganze jetzt hier mal auf einer Skala an, was ich dir jetzt mitgeben möchte. Nehmen wir mal an, du bist jetzt hier an dieser Stelle und das ist dein Alltag, das ist dein Job, das ist dein Familienleben, alles das, was du gerade als Person lebst und das ist das dementsprechende Ergebnis jetzt in körperlicher Hinsicht. Das heißt, das hier unten ist jetzt eben beispielsweise dein Gewicht, dein Körperfettanteil, deine Muskulatur, deine Sportroutine, alles das, was du als Ergebnis jetzt sozusagen als Mensch produzierst. Das hier bist also aktuell du als Person und das hier drüben sind jetzt sozusagen deine aktuellen Ergebnisse. Sagen wir also beispielsweise, du hast jetzt 10 Kilogramm Körperfett zu viel. Und mit deinem Leben, welches du jetzt gerade führst, produzierst du genau dieses Ergebnis, dass du jetzt eben zum Beispiel 10 Kilogramm Körperfett zu viel hast, dein Bauch einfach zu groß ist, dir deine Klamotten nicht mehr passen, das ist der Ist-Zustand. Mit deinem Ernährungsverhalten, mit deinem Sport- und Bewegungsverhalten, mit deinem beruflichen Alltag, all das, was du als Person jetzt gerade lebst, produziert dieses Ergebnis. Stand heute, das ist ein Fakt, das ist die Standpunkt-Ist-Betrachtung sozusagen. Das, was du jetzt bis hierhin gemacht hast, produzierte eben genau dieses Gewicht. Und jetzt hast du das lang genug ertragen und fühlst dich unwohl, deine Hemden spannen, deine Hosen spannen. Wenn du dich auf Fotos siehst, willst du dich am liebsten verstecken, du schämst dich für dein Äußeres. Wenn Fotos gemacht werden, willst du gar nicht mit drauf, du traust dich so nicht ins Freibad zu gehen. Also so diese ganzen Probleme, die jetzt einhergehen. Nimmst du jetzt massiv wahr und wünschst dir deshalb jetzt endlich mal bis zum Sommer, da mal das Fett wegzubekommen, den Bauch flachzubekommen. Und du würdest quasi gern hier oben ankommen. Du würdest gern Normalgewicht haben, du würdest gern eine fitte Figur haben. Dein Wunsch ist also ein definiertes Aussehen. Und jetzt, genau an dieser Stelle, kommt der ganz, ganz große Fehler zum Tragen, den nahezu alle machen, wenn sie abnehmen möchten. Sie gehen her, nehmen ihren Alltag, nehmen das, was sie eben zurzeit leben, also ihr Essverhalten, ihren Bewegungsablauf, ihren Job und überlegen sich, okay, was kann ich jetzt machen, um eben hier hinzukommen. Das heißt, der Weg wird von hier nach da gesucht. So mit dem Leben, was sie jetzt führen, mit dem Job und allem drum und dran, möchten sie jetzt eben einfach vielleicht ein bisschen weniger Kohlenhydrate essen, Schokolade weglassen, Alkohol weglassen, einfach vielleicht ein, zwei Mal pro Woche mehr Sport machen, um dadurch dann die Bedingungen zu erfüllen und hier quasi hier hochzukommen, diese 10 Kilo Fett zu verlieren und eben dieses definierte Aussehen zu erreichen. Das ist dieser Prozess des Ganzen, dass die Leute immer hier, wo sie jetzt stehen, anfangen, irgendwas zu machen, um eben dann dieses Ergebnis zu erzielen. Und das ist ja soweit auch ganz logisch, wirst du dir jetzt denken, denn wie soll es anders gehen? Aber, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, das ist dieser ganz, ganz große Fehler, den ich dir mitgeben möchte, langfristig wird das nicht funktionieren. Denn langfristig gesehen gibt es diese Diagonale hier nicht. Die ist nicht existent. Denn Fakt ist, du als Person produzierst dieses Ergebnis. Das ist der Weg. Es gibt immer nur deinen Ist-Zustand, die Bedingungen, die du bis hierhin erfüllt hast und das Ergebnis, was du damit produziert hast. Und als die Person, die du jetzt bist, ist es nicht möglich, hier andere Ergebnisse zu erzielen. Aber warum ist das so? Du kannst dieses Phänomen sogar googeln. Du kannst schauen, wie viele Menschen in der Vergangenheit im Lotto gewonnen haben, die vorher keine Millionäre waren, die ganz normale Jobs hatten. Als Bäcker, als Müllfahrer, als Büroleute, egal was. Sie hatten einfach ein Angestelltenverhältnis, haben eben ihre 1.000, 2.000, 3.000 Euro verdient und hatten aber auf jeden Fall keine Millionen an Vermögen, an finanziellen Ressourcen zur Verfügung. Und dann plötzlich durch den Lottogewinn sind sie Millionär geworden. Und das Spannende und Verrückte daran ist, dass die ganzen Leute spätestens nach 5 Jahren alle das Geld wieder verloren haben. Sie haben danach genauso viel Geld gehabt, wie sie vorher hatten. Manche sind sogar noch ärmer geworden, aber keiner dieser Leute hat mehr Geld nach der ganzen Zeit gehabt. Das heißt, niemand konnte diese Million, die er oder sie gewonnen hat, vermehren. Und das ist genau dieses Prinzip. Und genau so ist es auch beim Abnehmen. Das Problem ist, dass sowohl Geld als auch Abnehmen, Ernährung, alles was damit zu tun hat, eine Fähigkeit ist. Und du auf deinem jetzigen Isststand mit diesem Ergebnis, 10 Kilo zu viel, hast einfach, hart gesagt, aktuell nicht die Fähigkeit, dieses Ergebnis hier in dein Leben zu ziehen. Es ist nicht möglich von diesem Standpunkt hier unten aus. Diese Diagonale hier, die gibt es nicht. So, und jetzt wird sich vielleicht dein Ego melden und wird sagen, ja, wenn ich im Lotto gewinne, ich mache das alles anders. Ich werde diese Million vermehren. Und das ist auch schön und gut. Und das weiß auch niemand. Das kann dir auch niemand widerlegen. Auch ich nicht. Aber was Fakt ist, die Statistik spricht erstens dagegen. Und zweitens, solange dein Ego dir im Weg ist und du nicht anerkennst, dass du hier an dieser Stelle jetzt einfach nicht die Fähigkeit hast, die du brauchst, um da hinzukommen, dann wird sich das nie ändern. Und dann passiert das, was dir vielleicht in der Vergangenheit auch schon oft passiert ist. Du machst eine Diät, du verzichtest auf Kohlenhydrate, du verzichtest auf Alkohol, du machst Intervallfasten, und du machst FDH, frisst die Hälfte, isst einfach nur noch die Hälfte, lässt hier was weg, lässt da was weg. Und du hast auch erste Erfolge. Du steigst auf dieser Leiter hier immer ein Stück auf und immer ein Stück auf und immer ein Stück auf und irgendwann, bam, krachst du wieder zurück und du hast einen Jojo-Effekt und du landest wieder hier unten. Und das ist immer wieder genau dieser Loop. Du hast kurze Fortschritte und krachst wieder ein, fällst wieder zurück, hast einen Jojo-Effekt. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie lange versuchst du es schon abzunehmen und wo hast du angefangen, bei welchem Gewicht und wo stehst du jetzt? So, und wenn du dir jetzt mal ganz ehrlich bist, wirst du sehen, es klappt nicht, es funktioniert nicht und du kriegst es nicht hin. Und das liegt einfach daran, weil und das ist diese Diagonale hier nicht gibt. Und was heißt das jetzt für dich? Das bedeutet ganz einfach, dass wenn du diese Ergebnisse hier oben erzielen möchtest, wenn du jetzt 10 Kilo Fett verlieren möchtest, wenn du jetzt bis zum Sommer einen flachen Bauch haben möchtest und den dann auch mal länger als eben 3, 4 Monate halten willst, am besten eben bis an dein Lebensende und nicht wieder diese 10, 15, vielleicht sogar 20 Kilo wieder drauf haben möchtest, dann gibt es nur einen einzigen Weg und zwar, dass du diese Person hier wirst. Du darfst dich zu dieser Person hier entwickeln, denn als diese Person ziehst du automatisch diese Ergebnisse in dein Leben. Das heißt, der einzige wirklich funktionale Weg ist hier als Person zu wachsen sozusagen, diese Fähigkeit zu erlernen, die Fähigkeit der Ernährung zu erlernen. Und dann ist nicht mehr die Frage, was kann ich jetzt machen, wie muss ich mich ernähren, wie oft muss ich mich bewegen, sondern die Frage ist, die du dir merken kannst, zu welcher Person muss ich werden? Das ist die einzige Frage, die für dich Sinn machen sollte langfristig gesehen. Was macht diese Person, die hier oben schon angekommen ist und diese Ergebnisse in ihrem Leben hat, was macht die anders als du? Wie lebt diese Person? Und dann wirst du relativ schnell merken, dass es um viel, viel mehr geht, als eben einfach mal für ein paar Wochen die Kohlenhydrate wegzulassen oder abends weniger zu essen oder Intervallfasten zu machen oder sonst was. Das sind nur kleine Punkte, die du dir da immer wieder rauspickst, die dich aber nicht als Person wachsen lassen, sondern die versuchen, diese Diagonalie herzustellen, die es aber eben nicht gibt. Und dann ist jetzt die Frage, wie machst du das? Und das ist im Prinzip ganz einfach. Das bedeutet für dich einfach nur, dass du jetzt hergehst und so oft wie möglich dich eben einfach fragst, wie würde diese Person jetzt handeln? Was würde diese Person hier oben, in meinem Fall, jetzt machen? Und dann kommst du relativ schnell auf den richtigen Weg. Das ist zum Beispiel auch ganz genau der Tipp, den ich meinen Kunden mitgebe. Ich sage denen, stell dir vor, was würde Sebastian, also ich jetzt in dieser Situation machen? Weil mit meinen Kunden habe ich natürlich einen sehr engen Kontakt. Wir sind sehr, sehr viel im Austausch. Wir unterhalten uns viel, sprechen viel. Das heißt, sie kennen mich auch als Mensch. Sie wissen, wie ich ticke und wie ich lebe und was ich mache. Und dann sage ich, gebe ich ihnen einfach den Tipp mit, in dieser Situation, wo du dir jetzt vielleicht unsicher bist, frag dich mal, wie würde Sebastian jetzt handeln? Das heißt, ganz einfaches Beispiel. Du sitzt im Büro und irgendjemand gibt eine Geburtstagsrunde. So, und alle essen natürlich das Stück Kuchen und trinken vielleicht ein Glas Sekt dazu. So, und du hast aber jetzt eben gerade angefangen, deinen neuen Weg zu beschreiten und möchtest jetzt in den nächsten drei Monaten diese 10 Kilo runterbekommen, dass du im Sommer im Bad gut aussiehst. Und alles in dir sagt jetzt, boah, ich habe mich jetzt schon drei, vier Tage echt gut ernährt. Ich war beim Sport. Dieser Kuchen und dieser Sekt, der passt jetzt eigentlich nicht rein. Ich mag das jetzt eigentlich gerade nicht. Aber Gruppenzwang, alle machen das. Jetzt werde ich schief angeguckt. Niemand soll natürlich jetzt wissen, dass ich jetzt hier versuche abzunehmen. Dann schaffe ich es vielleicht doch wieder nicht. Also, was mache ich? Ich esse es jetzt einfach mit, damit keine dummen Fragen aufkommen. Und ja, ich mache es jetzt einfach. Gruppenzwang, so. Und was ist jetzt hier passiert? Du bist die Person geblieben. Und dann kannst du dich genau in dieser Situation fragen, was würde Sebastian machen oder was würde eben diese x-beliebige andere Person machen, die vielleicht dieses Ziel hier oben schon erreicht hat. Und dann wirst du relativ schnell oftmals feststellen, dass du dann merkst, okay, die Person würde jetzt wahrscheinlich das Stück Kuchen nicht essen, nur weil es alle anderen machen. Die hätte jetzt das Selbstbewusstsein und den Mut einfach zu sagen, nein, ich mache das nicht, weil ich weiß, dass ich in drei Monaten dann auch den Erfolg haben werde. Und ich möchte jetzt die Bedingungen dafür erfüllen. Und dass jetzt um Freitag Vormittag um 10 eben ein Stück Kuchen und ein Glas Sekt zu sich genommen wird, ist eben nicht die Bedingung, in drei Monaten 10 Kilo leichter zu sein. Das ist einfach Fakt. Und so schwer ist das dann letztendlich auch gar nicht. Genauso geht es weiter, wenn du zum Italiener gehst, so und dir dann unsicher bist, okay, bestelle ich mir jetzt die Pizza oder bestelle ich mir jetzt den Salat. Normalerweise hast du jetzt Bock auf Pizza, okay, bis hierher, dein Leben bis hierher, wie ist es verlaufen? Du als Person heute hast dieses Ergebnis, du würdest jetzt die Pizza bestellen, willst aber ja woanders hin, also wirst du auch anders handeln dürfen, nimmst dir wieder die andere Person als Vorbild, überlegst dir, okay, was würde Sebastian oder die Person XY jetzt bestellen? Und dann kommt relativ schnell die Idee, okay, dann ist jetzt vielleicht die Cola und die Pizza mit Doppeltkäse vielleicht jetzt gerade nicht der richtige Weg. Vor allem, wenn ich heute Mittag schon irgendwas anderes Großes gegessen habe. Und dann braucht es gar keine Diät mehr, weil du dann relativ schnell, klar mit normalem, gesunden Menschenverstand handeln kannst und merkst, was gut und was schlecht für dich ist. Natürlich ist es dann noch sinnvoll, einen richtigen Rahmen zu haben und jetzt nicht eben nur über Verzicht zu arbeiten oder sinnlos irgendwelche Kohlenhydrate zu streichen oder sowas. Das kommt natürlich noch hinzu, dass auch das, was du machst, natürlich sinnvoll sein sollte, damit nicht dein Stoffwechsel einfach nur einschläft oder du eben ständig Heißhungerattacken bekommst. Aber ganz grundsätzlich, nur von der Grundphilosophie, ist das ja total logisch und ist ja auch klar, dass es funktionieren wird. Wir machen es nur eben nicht. Wir sind nicht bereit, uns als Person zu verändern, uns mal zu hinterfragen, unser Ego mal beiseite zu legen und zu sagen, ja okay, ich kriege es nicht hin, ganz offensichtlich. Ich habe es nicht geschissen bekommen bis heute. Ich wiege heute, Stand jetzt eben, zehn Kilo zu viel. Ich habe jetzt den Bauchumfang, okay, weil ich es nicht hinbekomme. Und das ist der erste Schritt, sich das einzugestehen. Na klar, ist es immer zu wenig Zeit oder dies oder das oder jenes, was wir als Begründung hernehmen. Aber letztendlich ist es ein Fakt, dass du es nicht hinbekommen hast. Was die Gründe sind, ist völlig egal. Aber wenn du der Tatsache ins Auge blickst und anerkennst, dass du nicht in der Lage bist und nicht die Fähigkeit hast, mit deinem aktuellen Leben und deinen aktuellen Lebensumständen dieses Ergebnis zu produzieren, dann ist es erstmal sehr nüchtern und tut erstmal weh fürs Ego, ja, aber wenn du das anerkennst, dann ist das schon der erste Schritt zum Wachstum hier. Und dann kannst du aufsteigen und kannst auch dementsprechend dich diese andere Frage stellen und dich fragen, okay, zu welcher Person muss ich denn werden? An wem darf ich mich orientieren? Von wem darf ich lernen? Und dann geht es gar nicht mehr darum, irgendwas stumpf umzusetzen und sich zu quälen. Nein, weil du kannst es einfach gerade nicht. Du hast nicht die Fähigkeit dazu. Das ist wie das Fahrradfahren. Am Anfang konntest du noch nicht Fahrrad fahren. Und dann hätte man dir 5 Stunden PowerPoint-Präsentation zeigen können, man hätte einen halben Tag vor deiner Nase mit dem Fahrrad rumfahren können, dir alles erklären können, du kannst es danach trotzdem nicht. Denn du musst dich auf das Fahrrad draufsetzen und diese Balance erlernen, diese Fähigkeit des Fahrradfahrens erlernen. Dann kriegst du Stützräder ran, dann fährst du los, irgendwann werden die Stützräder abgemacht, dann eierst du noch ein bisschen rum, fällst noch 2-3 Mal hin und irgendwann nach dem 100. Anlauf kannst du es dann irgendwann. Und dann hast du diese Fähigkeit langsam drin und es wird immer besser. Und heute kannst du dein Fahrrad in die Ecke stellen, dich 5 Jahre lang nicht draufsetzen und nach 5 Jahren nimmst du es dir wieder her, setzt dich drauf und du kannst immer noch fahren. Und du kannst sogar nebenbei telefonieren und fährst einhändig, weil es in deinem Unterbewusstsein drin ist, weil du diese Fähigkeit erlernt hast und die wirst du auch nie wieder verlernen. Und ganz genau da darf das Wissen über Ernährung, über Bewegung, über Gesundheit im Alltag hin. Es ist eine Fähigkeit, die du, hart gesagt, jetzt aktuell noch nicht hast. Du hast gerade die Fähigkeit, eben leicht übergewichtig zu sein. So, und das ist ernüchternd, ich weiß, aber ja, es bringt nichts drum rum zu reden, es bringt es nichts, das Ego hier irgendwie schützen zu wollen, sondern sobald du das anerkennst und sobald du checkst, okay, ja, es ist so und ich darf eine andere Person werden, ich darf als Mensch wachsen, dann wirst du auch dieses Ergebnis in dein Leben ziehen. Und das ist der aller, allergrößte Fehler, den wirklich alle da draußen machen, wenn sie langfristig abnehmen möchten. Sie versuchen immer, hier zu bleiben, sich nicht einzugestehen, dass sie keine Ahnung haben von dem, was sie machen. Dann stumpf irgendeine Diät umsetzen, versuchen von hier dahin zu kommen, ohne irgendwie sich selbst zu reflektieren, ohne selbst irgendwie, ja, an sich als Mensch zu arbeiten. Dann machen sie irgendwas und spätestens hier, bam, knallen sie wieder nach unten und der Jojo-Effekt schlägt ein und dann ist wieder die Zeit schuld, dann ist die Arbeit schuld, dann ist dies, das, jenes schuld. Alle anderen sind schuld, nur nicht man selbst. Ne, warum denn auch? Ich muss es ja nur umsetzen, ich muss ja nur, müsst es nur umsetzen, aber ich habe nicht die Zeit. So, und das ist dann die Ausrede. Ich hoffe, das hat dir jetzt geholfen. Ich wollte dir jetzt hier das mal ganz klar vermitteln. Vielleicht hast du dich jetzt hier irgendwo an dem einen oder anderen Punkt wiedererkannt. Dann hat dir das vielleicht geholfen und dann kannst du dir jetzt damit sicherlich auch für die Zukunft was mitnehmen und dich immer wieder fragen. In jeder Situation kannst du dich fragen, was würde XY oder eben auch Sebastian jetzt machen? Wie würde er jetzt handeln? Was würde er jetzt sagen? Was würde er jetzt denken? Und dann handelst du einfach wie diese Person. Du handelst wie diese Person, die hier steht und dann wirst du automatisch von hier hierhin wachsen und dann automatisch auch diese Ergebnisse in dein Leben ziehen. Das ist ein ganz einfacher Prozess. So funktioniert persönliches Wachstum auch im Abnehmen-Bereich. Und wenn du da Hilfe möchtest, wenn du natürlich trotzdem die richtigen Dinge umsetzen möchtest, mehr Input auch von mir haben möchtest, sodass du dich auch an den richtigen Dingen orientieren kannst, mich da auch einfach dazu besser kennenlernen, damit du eben hier auch die, ja, die richtige Zielperson sozusagen einsetzt und dich in die richtige Richtung entwickelst, dann kannst du dich sehr gerne bei mir melden. Geh auf meine Website unter www.steude-sebastian.de Da kann ich dir dann weiterhelfen mit einer kostenlosen Stoffwechselanalyse. Und ansonsten würde ich mich auch sehr freuen, wenn du das Video hier likest, meinen Kanal abonnierst, damit du auch weitere Videos wie dieses hier vorgeschlagen bekommst, wenn dir das geholfen hat. Und dann danke ich dir fürs Zusehen, für diese lange Einheit jetzt hier. Ich hoffe, es hat geholfen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut und bis dahin, dein Sebastian. Ciao. Ciao.